Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und alle Wege führen zur Oktyabraskaya. Der Schwarz ist dort, Anna ist jetzt auch dort, in den Händen meiner Feinde, in den Händen des Verräters Lesnitzki. Und das laden wir jetzt und dann ziehen wir uns mal rein, wie die Story weitergeht. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Alle Wege führen zur Oktyabraskaya. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort, in den Händen meiner Feinde, in den Händen des Verräters Lesnitzki. Oh Mann. Was ne Reise. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Keine Ahnung, hier bin ich irgendwie aufgewacht, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, wo es hingeht heute. Hier geht's auf jeden Fall nicht sonderlich weiter, also hier rüber. Anna? Anna, wie ist du da? Und Herr, wie ist dieser Anna nochmal? Meine Geisel, wir brauchen sie, um mit dem Orden verhanseln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Okay, warum bin ich jetzt hier so zur Seite gerutscht? Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir hier noch was sehen. Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert. Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben nicht einmal Fever. Wir sind... Feuer! Oh, Mann. Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal auf dieser Entfernung. Unglaublich! Koch! Was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Das gucken wir uns nicht mehr an. Wir tun lieber was dagegen. Leichenberge. Okay. Macht Licht aus, lieber. Und vielleicht etwas Schallgedämpftes. Hier ist alles abgeschlossen. Was soll das? Oh Mann, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Na, ist egal. Wer war so oder so tot. Der ganze Stiefel mit Scheiße bedeckt. Hab ich ein Glück. Wir können jetzt nichts dran machen. Sprühe Desinfektionsmittel darauf, wenn wir zurückkommen. Also gehen wir jetzt... Achtung! Feind ist nah! Mann, warum hat er da kein Finishing-Buch gemacht? Ich war doch hinter dem. Feind ist nah. Ja, Feind ist zu nah bei dir. Ihr blöden Scheißpenner, ey. Ah, gib mir Moon. Das ist gut. Was ist das für Waffe? Ist das gute Waffe oder nicht so? Was meint ihr? Ja, sieht aus wie gute Waffe. Pumpe deine Luftwugwaffe auf. Halte LW gerückt. Was? Was ist denn das für eine Scheißknarre? Drücke RT, um die Waffe aufzupumpen. Was ist denn eine Luftwugwaffe? Wofür soll das denn bitte schön gut sein? Ich will doch nicht die ganze Zeit irgendwas aufpumpen. Was ne Scheiße. Sollen wir das Scheißding wirklich mitnehmen? Komm mal einmal... Oh, endlich! Aber hallo, mein Freund! Sam Fischer lässt grüßen. Hä? Drücke B? Ist das ein Bug? Seht ihr das? Das geht nur ganz kurz. Oder sitzt das wirklich nur auf, wenn nacht ist oder was? Keine Ahnung. Ich mach mal Licht hier aus. So, und dann geht's hier noch nicht mehr raus. Scheiße, wo muss ich hin? Ach, ich musste gar nicht noch da. Ach, ich Idiot. Irgendwas im Schrank? Nein. Wo geht's lang? Na, ihr kleinen Rattenmäuschen? An euch hab ich mich auch schon gewöhnt. Ihr wohnt auch hier genauso wie ich. Gehört mit zum Spiel. Bemerken die den Laser. Das würde mich echt mal interessieren. Sag mal... Ne, wir merken die nicht. Seht ihr das? Könnt ihr... ...einfach spielen. Was ist denn das für ne... ...Pipi-Waffe? Ich weiß jetzt... Vielleicht ist das Ding super lautlos, aber ich hab keinen Bock darauf. Oder sollen wir den da hinten noch damit killen, ey? Gib mir Moon. Ah, da kommt einer. Der bringt irgendwie, ähm... ...hier was fürs Lager, oder? Den können wir da killen. Der ist echt langsam unterwegs. Warum ist das hier abgeschlossen? Und wieso kann ich das nicht aufschließen? Seid mal leise. Das wäre ja cool, wenn der das noch aufmacht, oder? Aber darauf warten wir nicht. Aber das, ja, das war Atiom, der dich tötet, mein Freund. Und dir keine Chance lässt zu deinem dreckigen Leben. Was hat denn der hier für ne Waffe? Ich hab das... Ich hab die Funzel dabei. Und das Ding dabei. Und was hat der noch? Boah, guck mal, was ist denn das? Der ist ne P90, oder was? Ich ruckele hier so ein bisschen rum. Und wenn ich um das Ding hergehe, habt ihr das gesehen? Anscheinend steckt man da auf die Kiste rauf und runter, oder so. Da ist einer. Ich wünsche es sowieso noch ne Minute Leben, um eine rauchen zu können. Ja! Oh, ich liebe diese Schleichzähnen so sehr. Mann, heute sind wir aber mit vielen unterschiedlichen Waffen, äh, ausgerüstet, oder? Komm, wir nehmen alles mit. War hier noch irgendwas? Was ist das? Maske. Wo bin ich? Wo bin ich? Anscheinend können wir die einmal umschleichen, oder? Was meint ihr? Wow, scheiße! Scheiße Falle! Scheiße! Von wo? Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Hast du ihn schon gesehen? Nein! Versteck dich hier gebrochen! Warte, die holen wir uns. Was machen wir denn jetzt? Wir suchen ihn, du Genie! Die sind doch total cool gemacht! Warum meckern die immer mit der KI? Ist total cool, wie die reden und sich umgucken und so. Dann fliegt. Dann fliegt er ihn. Ja, sucht mich. Oh, da ist hier noch einer! Scheiße, Hauptsache ich werfe da ein Messer hin. Ach du Scheiße, ich hab gedacht, der wäre alleine. Oh Mann! Hab ich noch hier. Ey, gib mein Messer wieder. Nicht nachladen, Messer nehmen. Wo ist jetzt das Symbol da? Weißt du was, mein Freund, hier? Für dich. Wieso brennt der typisch? Okay. Also so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Erst ein paar Schleichen und dann einfach nochmal hier über ein paar drüber. Baller, naja, was hast du für ne Wache? Die war jetzt nicht so toll, ne? Das ist die gleiche Scheiße. Naja, ich kann Licht anmachen, Moment. Hä? Wieso? Wo ist mein Licht? Kameraden. Das Licht alle, oder was? Naja. Strom ist alle. Guck mal, jetzt geht das Nachtsichtgericht an. Ich glaub, das backt ein bisschen mit dem Pad. Kann das sein? Oder war das... Hab ich das jetzt gemacht, weil es dunkel genug war? Ich nehm mal das Teil wieder. Ich glaub, das gefällt mir besser. Dann hab ich dich auch gekillt. Oder hier das Ding? So ganze Brachial. Hä? Also, heute spinnt's jetzt mal gerade ein bisschen. Ich schwöre, ich hab das nicht gedrückt, den Knopf. Ach komm, scheiß drauf. Wo muss ich hin? Hier rauf? Nee. Hier? Gibt's hier irgendwas zu holen? Nee. Hüpf. So, wo lang? Hier durch? Nee. Hier bin ich davon. Hier bin ich doch gekommen. Hier rein. Hab dann hier alle gekillt. Ja, hier waren wir schon überall. Die haben wir alle getötet. So, dann wird mir die Richtung angezeigt. Eigentlich würde ich sagen, da rauf, oder? Ah ne, hier ist ne Türe. Okay. Hier noch irgendwie Spinte oder so? Haben wir schon überall, oder? Noch irgendwas zu mitnehmen hier, Freunde? Gasmaske. Ich geh mal die Later hier rauf. Ach, scheiße, ich hab gelatiert, das Wurfmesser. Oh, nein. Dafür brennt der schön. Nein, ich bin unsichtbar. Da, ein bisschen Feuer für euch. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den Typ hier oben mit einem Messer töten. Und dann habe ich gepennt, wollte ich noch. Ja, ey, hier liegen nur tausend Leichen rum. Oh, scheiße, meine. Ich baue einen neuen Filter. Oh, nein, jetzt geht's mir besser. Mann, ey, die halten aber auch immer viele aus, ey. Die Panzerbremmer. Mann, das tat mir nicht gut. Das war's für dich, glaube ich, mein Kollege. Oh, ne, da kommt noch einer. Ich sehe. Ich sehe doch das Laser. Filter eingesteckt. Warum wird das hier so rot? Weil es warm wird, oder was? Das könnte gut sein. Wo geht's hier hin? Komm, geh mal da runter hier. Kollege. Keine Ahnung, wo ich bin, aber ich laufe hier mal lang. Gucken da ein paar Hände durch. Wie ein Land hier. Hier waren wir schon mal. Seht ihr irgendwo noch einen? Da hinten. Wurfmesser ist eigentlich ziemlich stark, ne? Kann ich das Messer nicht auch mal wieder aufheben? Manchmal nur. Da hinten war noch einer, ne? Wir gehen hier mal eben ein bisschen plündern, würde ich sagen. Headshot. Geheimagent Sirius regelt. So, ich glaube, das sah sehr gut aus. Da hier auch gerade so ein Speichersymbol kommt, glaube ich, dass wir ganz richtig sind. Und, ähm, dass wir alle gekillt haben und, ähm, dass wir alle gekillt haben und das alles so ist, wie es sein soll und so. Hier war ich ja überall schon. Hier brennt es immer noch. Mann, 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 wo geht's jetzt hier weiter? Munition. Gib mir Mohnen. Mehr Mohnen, mehr Mohnen. So, ich guck mal noch, ob ich hier den Ausgang finde und dann, äh, könnt ihr euch jetzt schon abschalten, Kinder. Denn, äh, das war... Ah, hier. Was war das? Keine Ahnung. Denn das war's dann heute mit dem Let's Play Part zu, äh... Metro Last Light. Wie komm ich denn da jetzt hin überhaupt? Und wo muss ich her? So, ich muss in die Richtung. Durch die Tür, glaube ich. Da ist aber kein Tür. Also muss ich vermutlich irgendwo oben rum, oder? Hier ist ja auch nix. Geh ich mal Leiter hinauf. So. Das ist wieder so eine Scheiße, wo man sich eigentlich vermutlich beeilen muss, weil man nämlich sonst ganz schnell mal keine Luft mehr hat. Wah! Ah, nein! Da war ich aber richtig. Ich hab da gesehen, ich bin nur runtergefallen. Willkommen bei No Luck, No Skill in Metro Last Light. Ich fand bisher ging's noch so mit den... mit den No Skill Parts, oder? Da haben wir schon schlimmere Sachen mit mir erlebt. Wie lang hält der Scheiß noch? Eine Minute. Was ist denn das mit? Ja, ich weiß, noch eine Minute für den Filter. Aber ich hab noch Filter, ich weiß das. Neuer Eintrag. Infektion. Die Gruppe, die den Außenposten des Ordens ausgelöscht und Anna entführt hatte, übernimmt jetzt die Oktyabarskaya, eine friedliche und neutrale Station. Das ist eine Kriegserklärung an den Orden und die einflussreiche Hanse, die an die Oktyabarskaya grenzt. Letznitskis Team, auch wenn es ziemlich stark ist, wird nicht reichen, um einen Krieg gegen die Hanse anzuzetteln. Ich verstehe das nicht. Worauf hofft Korbut? Was denkt sich dieser Teufel? Gebt mir Moen. Und gib mir Fidelter. 16 Minuten weiteres frisches Atmen. Muss ich jetzt hier runter, oder was? Oh Mann, hier hab ich aber ein ganz schönes Flammeninferno angerichtet, oder? Hallo mein Freund, hallo, willkommen. Gib mir Fidelter. Jetzt sagen die, ich muss da durch. Durch die brennende Scheiße da, oder was? Kamerad Lesnitsky, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut, das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Korbut melden. Machen Sie das? Jawohl. Habt ihr das gehört? Da war unser Feind. Und dann schauen wir mal, ob wir den im nächsten Video kriegen. Ich glaube, das war heute ein bisschen längerer Part. Aber 20 Minuten ist noch okay für euch, oder? Für mich auf jeden Fall auch. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.